jo leute, tschüssi amberg, in einem neuen Video auf diesem Kanal und ich glaube, ihr alle checkt es, dieses legendäre Intro, heute wird Niki von mir gescreencht, hat Niki's machen, bruder deutsch jo, heute wird Niki von mir gescreencht, hat Niki's nach langer Zeit mal wieder live, einfach hat ein Stream gestartet, keine Ahnung, der Typ macht wann er will, einfach stream, manchmal drei Uhr morgens, manchmal drei Uhr morgens, manchmal zehn Uhr morgens, keine Ahnung, ganz zufällig euch auf Twitch unterwegs freuen, oder an sich einfach so Niki live, ihr könnt uns gerne auch auf Twitch folgen, Silurus heißen wir dort, ich packe einfach mal den Linken unten in die Videobeschreibung, das gerne dann, folgt mal da rein, gerne subs da lasst ihr bis selber, Para, para yok, aber ich bin gar nicht viel labern, ich bin heute Streams, ich werde den so lang, ich bin sehr oft, irgendwas kaputt macht, ausrastet, er kennt Niki, Niki's Toxic, Niki ist aggressiv, Niki ist aber auch gut in diesem Spiel, deswegen wird es auch ein bisschen schwer, aber ihr wisst, sagt mir alles, ich bin besser, ich bin gerade ein bisschen am Rentschwerden in Ford, ich bin ein bisschen Competitive, die Stars, die Stars, die Stars, die Stars, letztens sogar Pergo, und du okay, ich bin deswegen, Freunde, ich bin echt gut worden, denke ich mal, und wie ihr wisst, ich wette Niki sich 100% aufregen wird, ich habe mich schon heute gute Sachen ausgedacht, die ich machen werde, deswegen, aber Und auch gerne den Kanal, lasst ein Like da, und schreibt mal in die Kommentare ein paar Videos, denen ich will jetzt aktiver werden, die neue Season Shit an, aber ich sag's immer wieder, Bruder, werdet ihr nicht? Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Viewside Video. So ein Lauch ist Niklas, Niki, boxt so wie in meinen Träumen, so Schlüberei, eins gegen zehn, Jungen, zehn Leute, so boxt Niki, Digga, wie in meinen Träumen. Muchas gracias aficion, sui. Was ist das denn, Fettsack? Wie kann der Lappen Tramp sein, Digga? Wer sinds du, Fettsack? Hey! Hey, das ist der Fettsack von der Runde. Oh, mein Job, Digga, der Beste? No. Hä? Oder wer bist du? Aber Freunde, ich merke schon, viele wollen Niki Streep, nein, 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 Digga, ich slid den Berg so runter, wie Bitches und meine DMs. Ah, wer ist denn selbst gesnabt? Oh, da ist einer cracked. Hä? Ja, der ist nicht so. Oh, 86er Snabt, wir kommen in Snapchat zu. Da ist auch jemand wieder in die Lobby. Ich muss mir erst mal die Karte holen, Freunde, ich will ihn, halt, der ist was gut, ich will ihn streamstapen, in dem ich im Tresor sitze. Oder er wird sich aufregen, wenn er mich da sieht, mit diesem Skin, Digga. Ah! Was ist das für ein Dreck, Digga? Hä? Meine Puppe ist nicht, Digga, ich hab ihn noch mit Trotz gesagt. Hier ist er irgendwo mehr, Digga. Ah! Ich wusste, dass er erkennt, Digga. Hä? Wohin, wie viele sind die, Digga? Niki ist noch am fighten, Digga. Wenn Niki schüsse hätte, kommt direkt, der ist killsüchtig. Hey, Digga, es wird sich damit zum Slick. Oh, der Arme, Bro. Ab in die Lobby mit dir. Woher hin gehörst du? Ich bin drecklich, Freund. Ich versteck mich im Tresor. Denkst du, ich kann fighten? Wie seh ich aus, Alter? Ich hab meine Zähne mehr. Oh, no, 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 no. Hey, kann man halt den Tresor gelootet, Digga? Ich kiss dein Herz, Digga. Oh, goldene Trommelform, nehm ich aber nicht mit. Ah, er checkt es nicht. Ich putze ihn nur, Bro, ich putze ihn nur. Eine falsche Bewegung. Ich hör irgendwas. Was ist das denn? Ah, mein Helm. Ich kann nicht wohnen, ich kann nicht wohnen. Der kann man nirgends wohnen. Oh, der rennt weg, ich will auch von mir wegrennen, guck mich mal an. Der P-Stick, du an, so. Der steht einfach im Tresor, Digga. Der macht so einen. Ja, den Wichser hole ich mir so, ich bin aus, Digga. Hier hast du dein Emoji, du Wichser. So ein Streamslapper. Komm, Baby, komm hier rein. Nein, er zahlert die Kuh gemacht. Ey, Bruder, ich meine das nicht so, lass mich raus. Wart, gut, jetzt glück ich auf, Mann, gut, jetzt glück ich auf. Ah, nein. Bleib in der Sauen. Der Eklige. Das Geräusch ballert richtig, mein Kopf. Ich zieh durch, Baby. Ey, Digga, dieser Typ. Boah, von mir kann keiner wegrennen. Wo willst du hin, Gollium? Ah, wo kommt der denn jetzt, Digga? Ah. Digga, was spiel ich für ein Spiel, Mann? Docks a Player. So viele Streams in der Trits. Oh, wieder so ein... Nein, bockst du nicht, Bro. Ey, bockst du nicht. Junge, ey, Digga, was spiel ich hier für ein Spiel? Das ist doch kein Fortnite. Jeder kommt mit Kanone. Jeder erschreckt mich hier, Digga. Ah, ich bin so geboxt. Ich bin so in deiner Box. Ah, ich will raus hier. Ich muss raus. Ey, Bro. Ich kann nicht schießen. Ey, das ist dieser... ...fette Fettsack. Komm her, Baby. Von mir kann man nicht wegrennen. Wie hast du die Pikmasse, Bro? Wer ist noch da mit mir? Oh, geschittet! Bro, geschittet, Baby! Was spiel ich hier ehrlich für ein Spiel? So viele Streams, Digga. Tritt aber ein bisschen, Digga. Ich glaube, jetzt waren fünf Streams, Digga, in meiner Runde. Aber es ist nicht so schlimm. Im Besten passiert sowas gegen mich, geschittet zu werden. Wer bist du, Bruder? Ich will, Uwe. Denn du kannst du... Wenn ich zu Hause sitze in einem Boxscher... ...in Boxscher... ...boxscher... ...sucky, sucky, fucking... Bro, das ist schwierig. Aber denkst du, du kannst irgendwie streamstipen? Darf nur ich, Idiot? Idiot! Einfach abhunt. Wart, Jungs, ich geh kurz Auto ausräumen. Mit zwei verschiedenen... Nein, Niki ist afka. Niki ist afka! Ey, schulde den Controller drüber, Freunde. Alter, Alter, Alter! Wer, ich hab seinen Controller. Er ist gerade Auto ausräumen, Freund. Ich hab den Controller, ich muss schnell machen. Einfach hier, droppen, alles droppen, Digga. Keine Ahnung. Er wird damit nicht rechtlich. Ich werd alles replacen. Er wird nicht aus der Box rauskommen. Ich werd mit ihm spielen. Ich werd ihn ausziehen. Ah, er hat so Angst für jetzt, Bruder. Er hat Angst für jetzt. Tansche mich! Du hast Minis regnen. Wie hat er meine ganzen Waffen? Du hast fetten Mundi, hey! Wer hat Mundi? Du Esel, Digga. Du hast Mundi. Nimm Spray, Digga. Ich hab da reingepisst. Bro, ich muss hier raus. Wir sind in der Zone. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Sieht aus wie mein linker Zeh, Alter. Was will der abhauen, Bruder? Er ist schlimm als Gefängnis. Hier kommt ich... Hey! Endlich freut! Kleiner Hund. Bruder, frisst das! Viel! Man lasst... Ich banne den Hacker, Junge! Hä? Digga, fliegt mir überhaupt eine Waffe weg! Er denkt, ich werd ein Hacker, Bruder. Ich weiß, dass mein Ende zu gut sind wie ein Hacker. Ah, ich werd rausgehe. Hey, warum? Aber trotzdem, was ist der Hacker? Der kann ja nichts. Der Typ ist so dumm, Digga. Bringt sich um! Digga, alle Streams ripen immer, Digga. Ich hab gar keinen Puppen auf dem Stream. Wenn's so weitergeht, dann geh ich auf! Oh, oh. Genau. Hat der grad meinen Controller geworfen? Ich hab keinen Respekt, Mann. Aber er wird aufgehen, Freunde. Das bedeutet, wir machen weiter. So lange wird weitergemacht, bis der Stream off ist. Aber in Zukunft kommen mehrere Streams auf Twitch, deswegen folgt direkt rein, direkt. Ich war das, ich hab dich gebummt. Und ich hab deine Mutter... Ich hab deine Mutter gebummt, du kleiner Buster. Moment, wir würden doch mal was anderes kommen auf der Fortnite. Wir haben meine Mutter... Montana Black ist der erfolgreichste Livestreamer Deutschlands. Ich hör mir den, Digga. Das ist mein Win. Wichtig, ihr guys played auf ihn. Oh, der Harme. Eins gegen eins. Den letzten Shit ich. Bruder, was macht der mit seinem Gegner? Ey, Bro, Bro. Ich bin echt. Ich bin Tima. Ist das nicht der Hacker von gerade? Er soll jetzt zu Bombion kommen. Komm, wir zu Bombion. Ey, Bruder, er will sowas von mir, ne? Er will sowas töten. Bro, chill mal ein bisschen, Digga. Sei das zu dreckig. Aber wir sind nicht Sohn. Komm, Sohn. Und dann das eins gegen eins machen. Wenn du im Stream bist, dann kommen wir jetzt eins gegen eins. Ey, stopp, stopp. Pause, Pause. Chill. Halt schon mal hinaus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oder ich würde ihn einfach so. Vielleicht. So dog shit, Digga. Ich bin der Beste, Mann. Nehmen wir dann meine Hunde. Hi. Ja, was hat der für ein AIM, Digga? Was ist ein AIM, Bruder? Maschallah, die Sä. Und die ganzen Orgas, Digga. Auch da schreit mir mal einen Vertrag, Alter. Ich habe meine E-Mail in der Videobeschreibung. Er denkt auch, ich sehe ihn nicht. Er kommt einfach mit LKW. Letcher. Er stinkt so scheiße. Wo ist der, Digga? Wo ist der, Bro? Nein. Er schlägt nicht in meinem Auto, Bruder. Digga, wieso kann ich den nicht hitten? Nein. Ich habe kein Nebis bekommen. Der 31er. Nein, 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 nein. Er wird zum Sterben. Er checkt gar nichts. Was ist das? Der Wagen hat zufrieden gelernt. Ja. Ja, was ist das? Boah, der hat mich nicht. Ich muss mit dem Piech rein. Er ist voll. Ich treffe nichts. Ich will dahinter. Wenn ich jetzt den Tapu holen, er wird zu oft gehen. Er wird zu oft gehen. Ey, wie können die so killen? Soll ich einen Reissiger machen? Ah. Ah. Bruder. Nie an mir gezweifelt. Ich wollte ihn auf Ehre nicht killen, Digga. Und er killt mich und... Tatsamann. Der Typ war zwei Harpungen, Digga. Ey, fuck. Fuck. Mein Monitor. Digga, mein Monitor. Was macht der? Oder was macht der Monitor da? Der macht einen Breakdance. Der hat ihm einfach ein Ding gegeben. Guck mal. Ist das ein Trauer? Er ist gerade erst aus der Reparatur rausgekommen. Der Monter bei der Pax Natte. Oder ich kann die direkt einschicken. Die denken auch, wer Binder die wieder arbeiten. Jeden zweiten Tag kriegen die kaputten Monitor. Er kann arbeiten gegen Mac. Ist auch tragisch claim, Digga. Deswegen, Freunde, lasst gerne einen Lektor. Wenn ihr doch gerne einen Kanal... Egal. ...Multalk kaputt macht. Dafür müsst ihr einen Lektor lassen. Und dann habt ihr gerne den Kanal. Port uns auf Twitch. Weil für ein neues Season werden wir Battle Pass verschenkt. Ging. Ich hab mir so einen Pack mitgegeben. Werde ich gar nicht wissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.